Ich dachte ja, der Gegner wird krass, aber kurz, dass du endlich nur Namen hast, deine Quali ist ja der letzte Schrott, du willst mich bellen, doch ich versteh kein Wort. Eine Sache ist peinlich, ja, dass dein Los noch nicht mal am Los top war, ist doch egal, ob du dich hier planierst, weil du gegen mich eh verlierst, du bist einfach der Schlechteste hier und fliegst zu Null aus dem Turnier, 16 Wars reichen gegen dich doch aus und ich mach den Sack zu wie der Nikolaus, ich zerstör dich hier mit Leichtigkeit und du übst wie man gute Zeilen schreibt, Filsam, du kannst jetzt gehen, denn du bist Wreck, das musst du einsehen. Filsam hat doch hier noch scheiße gemacht, will mich betteln, aber trifft nicht der Tat, ich gewinne hier ganz leicht und zeige dir, was betteln heißt. Filsam, ich patsch dich nach Tokio und dadurch haben wir ein höheres Niveau, am besten reichst du gar nicht ein, sonst könntest du dich auf ne Niederlage freuen. Filsam hat doch hier noch ein, sonst könntest du dich auf ne Niederlage freuen. Filsam hat doch hier noch ein, sonst könntest du dich auf ne Niederlage freuen.